Hallo YouTube, willkommen zu einem extra Video rund um das Retina Display beim 13 Zoll MacBook Pro von Apple und den verschiedenen Auflösungen, die das Teil kann. Weil in der Standardauflösung haben wir 1280x800 die gleiche Auflösung wie beim alten, normalen, ohne Retina MacBook Pro 13 Zoll. Und da denken sich dann viele, ja gut, das ist jetzt scharf, aber geht das nicht größer? Ja, natürlich. Und zwar in den Standard-Einstellungen. Da bietet Apple auch die nächste Auflösung für 1440x900. Das ist dann die Auflösung, wie sie zum Beispiel die 13 Zoll MacBook Airs haben. Und ihr seht, man bekommt schon eine Ecke mehr drauf und ja, es ist immer noch scharf, ja, man kann es immer noch lesen. Dann kann man mit hauseigenen Mitteln auch noch eine Stufe höher gehen und zwar auf 1680x1050, sprich die Standard-15 Zoll-Auflösung und man bekommt noch mehr drauf. Jetzt haben wir hier schon meinen Kopf mit drauf. Das ist so das, was ich als Maximum an Auflösungen empfehle, was ich noch lesen kann. Natürlich könnte ich jetzt hingehen und noch die Schriftgröße erhöhen. Aber so finde ich es toll. Ich bekomme zwei Fenster bequem nebeneinander, kann damit arbeiten. Es sieht immer noch scharf aus und kann ich nur, also für mich persönlich, empfehlen. Jetzt haben aber Leute geschrien und haben gesagt, ja, aber die Maximalauflösung ist doch 2560x1600. Wie kann das denn sein? Und ja, dafür habe ich mir jetzt einfach mal eins von diesen 1000 gratis Display-Tools geschnappt, mit denen man dann auch die native Auflösung rausholen kann. Und da haben wir dann auch 2560x1600. Haltet euch fest. So, und so sieht dann das aus. Also was vorher mein volles Bildschirmfenster hier war, habe ich hier jetzt eigentlich noch mal dazu gewonnen. Und ihr könnt natürlich jetzt mal versuchen, da etwas zu lesen. Das sieht jetzt stark aus, wenn ich da noch einen nächsten Beitrag habe. Es wird kleiner. Natürlich könnte ich die Schrift noch vergrößern. Aber ich bin eigentlich nicht jemand, der anfällig ist für flimmernde Displays oder was auch immer. Ich kann da stundenlang auf sowas auch noch mit drauf gucken. Aber hier bekomme ich Kopfschmerzen. Ich weiß, das klingt jetzt doof, ist auch schwer nachzuvollziehen. Man kann es noch lesen, aber es ist zu anstrengend. Mal so nett als Gimmick kann man es machen. Vielleicht noch mal ein paar Fenster nebeneinander schieben. Das ist dann auch ganz... Ja, komm her du. Ja, machen wir mal halbe, halbe. Das ist dann noch ganz nett, um es mal zu zeigen. Ah ne, ist ja iMovie. Da kriegt man noch was unternebeneinander, dann noch ein Chatfenster. Aber glaubt mir, auf einem 13 Zoll Screen möchte man damit nicht arbeiten. So, und da habt ihr jetzt endlich die Antwort, warum diese großartigen 2560x1600 nicht standardmäßig auf dem Gerät angezeigt werden. So, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.